Herzlich Willkommen, Markus Kobelt, beim 11. Digi-Tag hier in der Digi-Cube. Sehr, sehr spannend. Wir haben jemanden hier im Studio, das auf YouTube sehr erfolgreich ist. Vielleicht kurz kurz dazu sehen und zuhören oder vielleicht einen Input geben und ein Background von dir. Schön bist du da, freut mich ausserordentlich, dass wir dich hier begrüssen durften. Ich heiße Markus Kobelt, ich habe vor über 25 Jahren Lubera gegründet. Hier zum Beispiel eine Weibauschule geheißen. Wir produzieren Obst- und Beerenpflanzen hier in der Schweiz. In St. Galler-Rindl und Norddeutschland. Das Bad Zwischenhand. Das Besondere bei uns sind sehr viele eigene Züchtungen. Wir kreieren neue Produkte, neue Pflanzen durch Kreuzungen. Und was dann das zweite Besondere bei uns ist, dass bei uns der wichtigste Verkaufskanal direkt zum Konsumenten geht, also zum Endkonsumenten. Wir verkaufen also Pflanzen direkt nach Hause zum Hobbygärtner in der Schweiz, Deutschland, Österreich und ein bisschen nach England. In ein paar Tagen wissen wir, ob wir noch weiter auf England liefern können. Das ist ein schwieriges Thema. Und dann betreiben wir noch ein neues Venture, eine neue Firma in Bamberg mit einem Partner zusammen, wo wir sozusagen kleine Pflänzchen, Jungpflänzchen von unseren Sorten an Profis verkaufen. Also B2B. Aber auch dort versuchen wir unsere Stärke, nämlich Content produzieren, Content zu vermitteln, auch Videos zu machen, umzusetzen. Und wir haben dort auch schon 40-50 Videos bereit, B2B, also für andere Gärtner, damit wir richtig mit unseren kleinen Pflänzchen umgehen können. Du hast es gerade angesprochen, Videos ist ein sehr wichtiges Instrument für dich. Darum freut es mich ausserordentlich, dass jemand, der sehr viele Videos produziert, mit denen auch erfolgreich ist. Ich sage jetzt auf YouTube, wie ich das auch gesehen habe, im Studio zu haben. Wo ist die Idee hergekommen, um zu sagen, ich gehe jetzt einfach auf YouTube? Mittlerweile sind es ungefähr 2'500 Videos. Ja, es braucht gleich ein wenig Zeit und die Idee ist sicher auch etwas neu gesehen, oder? Es sind 2'500 Deutschsprachige und dann kommen wir glaube ich noch etwa 600 Englischsprachige dazu. Also Englischsprachige ist vielleicht leicht übertrieben. Swinglisch könnte man dann vielleicht sagen, oder? Swiss-Englisch. Und wie ich darauf kam, das ist vor etwa 10-12 Jahren gewesen, ich weiss es gerne nicht mehr. Es ist schon relativ lange her, so eine riesen Menge Content braucht auch Zeit. Auch die Qualität ist sehr, sehr unterschiedlich. Trotzdem, wir haben sehr alte Videos, die immer noch extrem gut laufen, die in den Millionenzahlen, nein, in den einigen hunderttausenden Zahlen sind. Wie bin ich darauf gekommen? Es ist eigentlich jedes Mal, da habe ich einen Kollegen, einen Freund gehabt, der zu Hause studiert hat, viel jünger als ich. Und der hat uns geholfen, unseren Online-Auftritt, unseren Shop aufzubauen, auch den Kern programmiert. Und irgendwann haben wir diskutiert, wie können wir unsere Botschaft am einfachsten unter Deutsch bringen, und was passt zu mir. Und dann haben wir irgendwie schnell herausgefunden, dass ich gerne rede. Und haben dann gefunden, wir könnten das eigentlich mit Videos machen. So hat das angefangen und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass mir das passt. Man braucht ja ein bisschen Profilneurose dazu. Man muss gerne vorne stehen, gerne etwas erzählen. Und ja, dann hat sich das entwickelt. Ich meine, heute reden viele über Social Media. Ich meine, es geht um Content. Ist aktueller denn je, aber du hast das in dem Sinne von Social Media und dieser Geschichte und Content-Strategie usw. wirst du vor zwölf Jahren noch nicht gross gehört haben. Du bist irgendwie das Gefühl, ich erreiche dort meine Zielgruppe am besten? Ich erreiche die Zielgruppe und es passt zu mir. Und an Social Media haben wir nicht gedacht, denke ich noch heute ganz wenig. Ich bin dort eher ein Skeptiker. Ich glaube, YouTube für uns ist ein Publikationskanal. Das ist ein Kanal, wo wir unseren Content veröffentlichen können und Leute erreichen. Und zwar am effizientesten Leute erreichen. Ich bin, was Marketing und auch Vermittlung von Inhalt anbelangt, ein bisschen skeptischer. Die klassischen Social Media, da denkt man immer zuerst auf Facebook und dann auf Instagram und was es sonst noch alles gibt. Das sind wirklich effiziente Kanäle. Das sind sehr effiziente Kanäle für Betriebe, um Werbegeld zu verdienen. Aber nicht so effiziente Kanäle, um wirklich deine Inhalte zum Konsumenten zu bringen. Hast du nie überlegt, dass deine Videos grundsätzlich auch auf Facebook zu publizieren, in einer gewissen Art? Dass du dort auch wieder mehr Leute erreichen kannst? Vielleicht noch mal ein anderes Publikum oder auf Instagram ein jüngeres Publikum. Nie überlegt, dass du eigentlich dort einen Schritt machen könntest? Also ein jüngeres Publikum auf Instagram, das wäre eventuell ein Thema. Wobei man sich klarer sein muss, du bist wahrscheinlich nicht Gärtner zu Hause, oder? Nein, gut, ich hätte das Gärtchen grünen Daumen. Nein, nein, es hängt auch mit dem Alter zusammen. Man fängt an Gärtner, also mit 30, 40, wenn man vielleicht eine grössere Wohnung hat, wenn man eine grössere Terrasse hat oder ein Häuschen hat, dann wird das plötzlich zum Thema. Oder wenn man eine Familie hat, oder? Und vorne ist das Gärtner eher selten ein Thema, darum ganz junge Leute zu erreichen ist vielleicht gar nicht so wichtig. Nein, wir haben schon versucht, wir haben vor zwei Jahren intensiv mit Facebook gearbeitet und haben unsere Erfahrungen gemacht. Wir haben zu den ersten gehört, die Live-Videos gemacht haben. Ich habe Live-Videoshows gemacht auf Facebook. Das heisst, ich bin hergestanden bei mir daheim im Garten hier in der Schweiz oder in Deutschland in meinem Haus im Garten. Und dann haben wir die Pflanzen vorbereitet und ich habe einfach erzählt. Dann habe ich einfach eine Aufshow gemacht. Ja. Und wir haben das relativ stark gemessen. Und dort haben wir festgestellt, am Anfang haben wir relativ viel Reichweite bekommen. Das heisst, so eine Show ist etwa eine Stunde gegangen. Das muss ja relativ lang gehen, damit sich genug Leute reinschalten können, wenn du es noch 15 Minuten machst. Live bringt das nicht so viel. Und dann haben wir irgendwie am Anfang so 2-3 Tausend Leute erreicht, plus noch vielleicht ein paar Tausend nachher im Nachgang. Und nachher ist die Reichweite immer kleiner geworden. Ja. Dafür ist die Werbung von Facebook, dass wir Werbung machen und sozusagen Reichweite kaufen, immer aggressiver geworden. Das heisst, was passiert bei all deinen sogenannten Social Media, die eigentlich nur einem Besitzer gehört, nämlich dem Herr, wie heisst er? Sackenberg. Und dass sie zuerst versuchen, Verkehr herzubringen, Reichweite herzubringen, Leute auf das Medium zu bringen, Content auf das Medium zu bringen. Und nachher öffnen also Reichweite. Das haben sie übrigens auch mit sehr vielen Medienunternehmen gemacht, die heute teilweise pleite sind oder halb pleite sind. Also die haben sich darauf verlassen, dass sie Reichweite bekommen. Sie haben Inhalt produziert für Facebook. Und nachher hat Facebook angefangen, übrigens jetzt Instagram genau dasselbe, hat sie angefangen, die Reichweite zurückzunehmen und dann muss sie sozusagen zahlen. Und dann zahle ich bereits das dritte Mal, das erste Mal zahle ich, um zielgerichtete Fans zu erwerben. Weil diese Erwerbung nämlich, wenn sie in grösserer Zahl haben will, wir haben auch 15-20'000 Erwerbe, die nicht organisch. Sondern über gezielte Werbung in meiner Zielgruppe. Da ist ja Facebook sehr gut. Ich kann also sehr gezielt auswählen, wer könnte sich für meine Produkte interessieren. Das ist gut. Dann mache ich die Werbung, damit sozusagen Lubera-Fans werden. Und dann habe ich gedacht, ich kann diese 15'000 Leute sozusagen frei in Zukunft erreichen. So ist es eben nicht. Sondern Facebook verlangt dann dafür wieder Geld. Und jetzt sage ich also dreimal, das erste Mal für meine Fans, das zweite Mal für meinen Content. Und das dritte Mal, um den Content zu den Leuten zu bringen. Wenn ich die Alternative habe, Reichweite anders zu erreichen, dann möchte ich es versuchen anders zu machen. Das ist völlig klar. Am Ende der Geschichte, weil Facebook auch Geld verdienen, Instagram auch. Alle? Alle wollen irgendwo Geld verdienen, das ist völlig klar. Ich bin aber trotzdem der Meinung, rein proportional sind Facebook, Instagram und die sozialen Medien heute noch ein Stück günstiger als die klassische Werbung, die Printwerbung. Und auch Google mittlerweile. Die Goldungszeit von Google war vor fünf bis acht Jahren, als der Klickpreis noch sehr tief war. Das ist mein Ansatz. Im Verhältnis, ich muss immer schauen, wie ich meine Zielgruppe am besten erreiche. Das ist immer die Idee. Und da kann ich heute sehr zielgerichtet über Google, einfach über Online-Marketing machen und eben auch über die sozialen Medien. Und dort ist der Preis, den ich zahle, im Verhältnis, was ich zahle in einer Zeitung oder mittlerweile auch bei Google, einfach noch sehr, sehr tief. Und es ist klar, es kommt immer auf die Community darauf an, immer auf das Geschäftsmodell auch, was man dort wählt. Aber für gewisse Geschäfte bin ich der Überzeugung, dass Social Media ein sehr, sehr gutes Instrument zum zielgerichtet Zielkunden auch ansprechen. Ja gut, am Ende geht es ja um den Kunden in einem unterschiedlichen Stadium seiner Customer Journey, wie man so schön sagt. Das heisst, wenn man weit vorne erreichen will, wenn man langsam mal Ubera herführen will, dann wird man versuchen zu erreichen dort, wo ich mit meinen Inhalt. Weil dann lernt er mich nämlich kennen, lernt er unsere Produkte kennen, lernt er unsere Spezialitäten kennen. Und dort geht es letztlich mal darum, wie komme ich am billigsten und effizientesten an die Frequenz her. Und dort habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass auch dort wieder Google, YouTube gehört zu Google, eine Philosophie verfolgt, die etwas näher bei mir liegt. Wir haben die Philosophie von Google, die wollen auch wahnsinnig viel Geld verdienen. Aber die Grundphilosophie ist, das Wissen der Welt verfügbar zu machen für die Leute. Das ist die Grundidee, die Geschäftsidee von Google. Und auf dem baut das Geschäft und das ist keine schlechte Idee. Und darum funktioniert es ja auch. Also wenn du relevante Inhalte zur Verfügung stellst, jetzt im Fall bei YouTube oder Content, wo SEO optimiert ist, dann nachher erreichst du bei Google sehr schnell sehr viele Leute. Wir haben pro Tag momentan, ich weiss es nicht genau, 30'000, 40'000 Videos, die angeschaut wurden. Einfach um ein Beispiel zu sagen. Wir machen seit zwei Jahren sehr zielgerichtete SEO-Massnahmen und produzieren SEO-optimierten Content für unsere Seiten. Wir haben innerhalb von einem Jahr unsere Frequenz auf unserer Seite verdoppelt. Und wir haben zwar gezahlt für die Inhalte, das sind Kosten. Aber für die Verbreitung zahlen wir nicht, weil grundsätzlich Googles Ziel hat relevanten Content, um Konsumenten zur Verfügung zu stellen. Genau. Wenn es nachher darum geht zu verkaufen, also wenn der Konsument ganz nah beim Verkauf ist, dann habe ich natürlich am liebsten Werbung, die ich ganz klar messen kann. Und da sind AdWords und vergleichbare Werbung auch Displaywerbung über Google natürlich am besten zu steuern. Das heisst, ich habe eine Kur oder einen Reu, das heisst das Verhältnis der Kosten, die ich habe gegenüber der verkauften Pflanze. Und dann stelle ich je nach Markt meine Prozente ein und dann hat mein Partner in diesem Fall eine Agentur nichts anderes zu tun, als das zu erreichen. Und das erreichen wir auch, ich habe jede Woche meinen Report und kann schauen, geben wir jetzt 20%, geben wir 25%, geben wir 15% aus und ich kann ganz gezielt Verkäufe optimieren. Und das ist uns, nämlich genau Verkäufe in einem vergleichbaren Rahmen zu erreichen und die auch mit Kosten ganz klar in Relation zu bringen. Das haben wir auf Facebook nicht geschafft oder nicht im Rentaler Rahmen geschafft. Okay. Weil Facebook, die wollen ja sich miteinander austauschen und die sind nicht unbedingt in Kauflaune. Wenn du am Suchen bist, bist du in Kauflaune. Ist klar, da gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite ist natürlich, Facebook und Instagram lebt auch sehr stark vom Content. Darum ist meine Frage... Sie leben vom Content. Ich muss ja schauen, dass ich wirklich gut leben kann und dann sind die Kosten entscheidend. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ja, ist klar. Ich sehe es einfach dort, dass du auf jeder Plattform, egal ob das Google, YouTube, Facebook oder Instagram, immer unterschiedliche Zielgruppen abholen kannst. Und darum ist meine Frage dorthin gegangen, okay, wieso sind wir nicht so aktiv auf den anderen Kanälen? Ist vielleicht einfach die Zielgruppe nicht dort aufwertig? Ist die Zielgruppe vielleicht nicht dort? Wobei wahrscheinlich unsere Zielgruppe heutzutage ziemlich nah auf Facebook ist. Ja, ich hätte es eben auch gemeint. Es sind also ältere, mittelalterliche bis ältere Leute und dort wiederum eher Damen als Herren. Und dort wären wir wahrscheinlich gut, aber die sind dort nicht in Kauflaune. Und dann geht es auch ein bisschen, wir sind eine kleine Firma, oder? Ja, ja. Und im Prinzip haben wir eine Inhouse-Redaktorin. Wir haben externe Schreiber, die Teilzeit für uns arbeiten und interne Leute, die schreiben. That's it. Und das heisst, wir haben jetzt nicht eine fünfköpfige Redaktion, sondern eine einköpfige Redaktion. Und da musst du schauen, wo im Prinzip deine Werbung gesetzt ist. Und die sind dort, wo du am schnellsten und effizientesten deine Zieler erreichst. Ich gebe dir völlig recht. Und verstehe mich nicht falsch. Wir machen das super. Ja, wirklich. Du sagst es, du lebst vom Content. Und der Kunde will keine Werbung sehen. Er will Content konsumieren. Er will etwas lernen. Er will wissen, wie ich die Pflanze behandeln und machen muss. Und darum bin ich genau bei dir. Es geht um Content. Und eigentlich hast du über die zwölf Jahre, als du das machst, genau das gemacht hast. Auf den sozialen Medien oder auf den Plattformen ist man nicht kurzfristig erfolgreich. Sondern es braucht Zeit, um aufzubauen. Du wirst auch nicht einfach im dritten Monat 15'000 Abonnenten haben. Das ist natürlich etwas, das über die Jahre hinweg gewachsen ist. Und viele wissen das nicht. Sie haben das Gefühl, jetzt habe ich einen neuen Kanal oder Social Media. Jetzt fange ich an. Jetzt bekomme ich Follower und weiss nicht was. Aber das ist einfach nicht so. Du musst über den Content überzeugen. Und ich glaube, du hast mit YouTube den richtigen Kanal gefunden, um deine Zielgruppe anzusprechen. Und der Erfolg gibt dir recht, ja. Es gibt noch einen anderen Kanal, wo es meiner Meinung nach relativ schnell geht im Verhältnis. Bei YouTube geht es insofern lang. Wir leben sehr stark von der Suche auf YouTube. Wir haben im Verhältnis für die gigantischen Zahlen Eben momentan 30'000 Videos pro Tag, die angeschaut werden. Das sind gigantische Zahlen im Verhältnis. Da haben wir relativ wenig Fans. Das heisst, wir würden, weil wir so eine riesige Bibliothek haben, von zweieinhalbtausend Videos, tauchen wir relativ häufig in die YouTube-Suchmaschine. Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, das sind die zweigrösste Suchmaschine. So ist es. Und ich meine, mein Sohn, wenn er etwas wissen muss für seine Lehre, dann schaut er zuerst einmal YouTube-Videos. Und genau so suchen natürlich Gartenfreunde, wenn sie irgendetwas suchen. Und weil wir so viele Keywords, so viele Themen mit relativ kurzen Videos abdecken, werden wir da prominent zeigen. Das ist unser Vorteil. Und weil wir trotzdem regelmässig Content produzieren, weiss Google, wir sind aktiv. Und das haben wir gesehen, seit wir regelmässiger Content. Früher haben wir sehr häufige Schuhe produziert. Also wir haben 20 Videos abgedreht, 20 Videos veröffentlicht. Und dann ist wieder zweimal nichts gegangen. Und dann haben wir wieder gemacht. Das hängt mit dem Produktionsrhythmus zusammen. Also ich mache nicht alle Videos, sondern wenn wir ein Video machen, dann drehen wir einen Nachmittag lang. Ja, ist klar. Aber das Veröffentlichen sollte regelmässig sein. Und seitdem haben wir ein Recht, das machen wir seit anderthalb Jahren. Also in regelmässigen Abständen veröffentlichen. Und das hat nochmal zu einer höheren Frequenz geführt, weil Google dann wahrscheinlich uns mehr Trust gibt. Auf die kann man sich verlassen. Die hat nicht irgendwann mal Inhalte produziert, sondern es geht weiter. Und dann schlagen sie uns noch häufiger vor. Ja, das ist halt der Algorithmus von Google dort auch, wo halt entscheidet, was ist relevant und was nicht. Und wenn du immer drauf bist, produzieren, heisst das für Google irgendwo im Hintergrund, wo merken die da? Ah, okay, da ist etwas dahinter und das müssen wir der Welt zur Verfügung stellen. Das kann für die Welt interessant sein. Ich habe vorhin gesagt, da hat es Zeit gebraucht, bis man die grosse Bibliothek hat, den Inhalt. Es gibt einen anderen Bereich, wo ich selber überrascht bin, wo man eigentlich sehr schnell Resultate erreicht. Und das ist Suchmaschinenoptimierung. Ich bin ehrlich gesagt, mein grösster Fehler, geschäftlicher Marketingfehler in den letzten 10 Jahren, in unserem Online-Geschäft war, dass ich SEO unterschätzt habe. Ich habe gedacht, ich bin jemand, der sehr gerne schreibt und gut schreibt. Du musst dir vorstellen, vor 10 Jahren war ich der Einzige, der sich um das kümmert hat und auch nur am Abend in der Nacht. Und dann habe ich halt einfach gute Texte geschrieben. Ich habe mal Germanistik studiert, das ist einfach der Grund. Ich schreibe also gerne gute Texte und kann das auch gut. Und wir mussten dann einfach jahrelang feststellen, dass die Texte auf Google nicht funktionieren. Und ich war ein bisschen arrogant. Er sagte, ich habe ja gute Texte geschrieben, ich bin ein halber Schriftsteller. Wer glaubt, Google mir das nicht? Und das hat nie funktioniert. Und vor etwa 2-3 Jahren habe ich einen Kollegen getroffen, der war Marketingprofessor in einer Fachhochschule, Dominik Grosse-Holtfurth heisst er. Und er hat selber ein paar Seiten betrieben, so als Hobby, über die Citruspflanzen. Und er ist überall, wenn du nach Citruspflanzen gesucht hast, war er zuerst oben. Und irgendwann habe ich zu dem gesagt, in Köln ist der, du könntest uns eigentlich beraten. Und dann hat er zwei Jahre lang, eineinhalb Jahre lang, einen Tag in der Woche für uns gearbeitet. Er ist leider letzten Herbst überraschend verstorben. Und er hat uns so ein wenig auf den SEO-Kurs gebracht. Und ich muss ihm nachher sagen, das war mein grösster Fehler, dass ich das unterschätzt habe. Und es war auch arrogant natürlich. Unternehmer sind gerne arrogant. Ja, der allgemeine Mensch, das Ego-Mensch. Was soll Google mir, wenn ich so schön schicken kann. Und er hat uns das beigebracht, auch mit der richtigen, wie soll ich sagen, man muss ein wenig stur sein. Und ich bin überrascht, wie einfach und primitiv Google noch funktioniert. Immer noch. Okay. Und was ich auch überrascht bin, wie unterschiedlich gemerkt sind. Also in der Schweiz ist, wenn wir jetzt einen SEO-optimierten Text schreiben, und zwar nicht einmal sehr, ich habe nachher noch auf einzelne Punkte eingehen, nicht einmal sehr differenziert, sondern letztlich ein Keyword bestimmen. So gehen wir vor. Wir schauen halt, welches Keyword wird bei häufig gesucht. Das können wir bei Google selber. Google selber durch die Werkzeuge zur Verfügung stellen. Dann können wir schauen, welches Keyword, welches gesucht wird. Und dann können wir die Keyword, also zuerst das Thema bestimmen, welches strategisch wichtig ist. Ein Produkt zum Beispiel, wo wir häufig verkaufen, zum Beispiel Heidelbeerpflanzen. Und dann sehen wir Heidelbeerpflanzen, Heidelbeerpflanzen düngen, Heidelbeerpflanzen Gesundheit, oder was auch immer. Das sind Themen, Keywords. Und dann geben wir Texte in Aufträge, oder schreiben die Texte selber zu den Keywords. Die müssen halt in einer bestimmten Dichte auftauchen. Und was ich da festgestellt habe, nur schon indem man Keyword bestimmt, und dann auch misst, dass die Keywords da sind, dann messen wir noch in unserem Content-System, messen wir noch in der Redaktion, also bevor wir die Sachen live setzen, gibt es genügend interne Links, gibt es genügend externe Links, gibt es genügend Bilder, ist vielleicht ein Video eingebaut. Und wenn man das einhält, dann sind wir in der Schweiz sofort auf der ersten Seite. Ja. Sofort. Und in Deutschland nicht. Das heisst, das ist vielleicht auch etwas für Schweizer Zuhörer wichtig, die Konkurrenz in der Schweiz ist noch relativ klein. Das heisst, du kannst mit SEO-Massnahmen Text, textbasierte Informationen sehr schnell auf die erste Seite bringen. Natürlich reden wir jetzt über den Pflanzenmarkt, da mag vielleicht die Konkurrenz nochmals nicht so gross sein. Ja. Trotzdem gibt es unendlich viele Inhalte da draussen, und du landest einfach so innerhalb von zwei, drei Wochen, vier Wochen höchstens auf der ersten Seite, wenn du in der Schweiz SEO-optimierten Content produzierst. Das ist noch spannend. In letzter Zeit hatten wir das Thema SEO eben auch noch relativ viel. Und von Hufen auch, bei uns der Manu, ein Haufen sind nicht so überzeugt vom SEO. Darum finde ich es extrem gerade spannend, dass du ... Ich kann dir das Beispiel zeigen. Dass du eben extrem auf SEO setzt. SEO machen wir auch? Oder ist es eher ... Ah, ich meine, eine riesen Kampagne. Das macht eine Agentur, und die wird letztlich gesteuert. Die wird letztlich gesteuert, über die Reu- und Kur-Vorgabe, indem wir sagen, in der Schweiz zum Beispiel können wir 25% ausgeben, in Deutschland können wir 15% ausgeben, und dann wird das ausgesteuert. Dort sind wir momentan gerade dran, automatische Kampagnen, sogenannte Smart-Kampagnen zu starten mit Google, wo man sozusagen alles Google übergibt, um Google dort zu optimieren. Aber wir machen da mal einen Versuch damit, und schauen, ob man die Reichweite, vor allem in der Schweiz, in dem Bereich. Das machen wir auch. Aber das mache ich ja nicht in-house. Das kann ich auch nicht in-house. Während SEO kann ich im Wesentlichen in-house machen, wenn ich mir die entsprechenden Tools besorge. Okay. Ja, das ist spannend. Und da kommen wir extrem schnell vorwärts. Wir sehen das auch. Im Vergleich zum letzten Jahr haben wir unsere Sichtbarkeit explodiert. und die Frequenz auf unserer Seite ist extrem stark. Wir haben über doppelt bis dreimal so viele Besucher wie vor einem Jahr, aufgrund der Explosion der Sichtbarkeit. Und die Explosion der Sichtbarkeit hat sicher auch mit SEO-Contents zu tun. Natürlich auch mit technischer Optimierung der Seite. Das ist auch klar. Ist klar. Technisch muss die Seite natürlich so sein, dass sie ... Sie haben an mir genug Fehler. Du hast nie perfekte Zeit. Ja, ja. Nein, aber das ist heute natürlich ein extrem grosses Thema. Vielfach, wenn wir mit Kunden hier sitzen, gehen wir mal auf Dinge. Und die Basics sind schon mal falsch. So der HA1-Wert mit herzlich willkommen. Ja, gut. Es ist zwar schön, dass du den Kunden willkommen heisst. Aber eigentlich ist das der wichtigste Ding für die Suchmaschine. Und du schreibst herzlich willkommen. Es ist sehr viel Potenzial dort drin, aber auch mit sehr viel Zeit verbunden. Kommt darauf an. Ich meine, wir haben engen Kontakt mit dem Burda Verlag. Der ist einfach der grösste Verlag in Deutschland. Und der verleiht sehr viele Gartenzeitschriften. Und der hat unter anderem die grösste, ist mein schöner Garten. Dort haben sie auch einen Marktplatz. Und dort verkaufen wir auch unsere Pflanzen. Und wir haben einen sehr reigen Austausch. Und wir haben einmal angeschaut, wie viel der Burda Verlag Content kostet und was er uns kostet. Uns kostet sehr viel weniger. Wenn der Burda Verlag Inhalt produziert, obwohl ihre Kernkompetenz ja Inhalt wäre, dann müssen sie die Redaktion rausschicken. Die müssen reisen, die müssen raus. Bei uns ist der Content unserer eigenen Baumschule, unserer Versuchspflanzung vor der Haustür in der Halle. Und man muss ihn nur sehen und muss darüber berichten, anfangen zu schreiben, anfangen zu recherchieren. Ich bin momentan gerade daran, Texte, die ein Mitarbeiter geschrieben hat, über die Arbeit zu redigieren. Und selber noch ein paar Sachen. Wir haben den Inhalt vor der Tür. Wenn mir etwas fehlt, gehen wir ins Foto raus. Das ist vor der Haustür. Und das heisst, man könnte das relativ billig produzieren. Ich glaube, viele Produzenten und auch viele Händler hätten eigentlich ihren Inhalt vor der Tür. Ich meine, ein Video, wo du ein Produkt auspackst oder ein Produkt erklärst, das kannst du immer machen. Du hast das Produkt auch. Ich bin völlig deiner Meinung. Es liegt sehr vieles auf der Hand. Aber es ist natürlich mit Zeit verbunden. Du musst Zeit in das investieren. Ich will den Content generieren, meine Zielgruppe oder meine Kunden informieren. Und dann musst du die Zeit nehmen. Sonst funktioniert es nicht. Es geht nicht einfach von heute auf morgen. Nein, du kannst nicht alles machen. Am Ende musst du das machen, was dir und deiner Firma am besten liegt. Uns liegt die Produktion von Inhalten, ob jetzt geschrieben oder Video liegt, liegt irgendwie im Inneren, in unseren Genen. Man gibt das ja als Gründer und seine Mitarbeiter weiter. Man stellt halt auch die Leute ein, die dann dazu passen. Und darum liegt das in unseren Genen. Und darum fällt es uns auch relativ leicht. Aber nochmal. Ich bin wirklich überrascht, wie schnell man SEO-mässig vorwärts kommt. Und mit relativ primitiven Methoden. Letztlich ist Google mindestens bei Bereichen, die für Google nicht so wichtig sind. Das mag bei Finanzen, das mag bei Flügen und so anders sein. Aber in Bereichen, die für Google strategisch nicht so wichtig sind. Das sind immer noch die meisten. Google ist einfach nicht extrem weit vorgeschritten. Sondern wenn du einen Titel hast, im Titel ist das Keyword. Wenn du im Lead das Keyword wieder hast. Wenn du zwei, drei H2-Überschriften hast, dann merkt Google überhaupt einmal, worum es geht. Sonst merkt sie es einfach nicht. Das ist ein Grund, dass meine alten Texte nie funktionierten. Ich habe auch das Gefühl, dass sie klar ist, über was ich schreibe. Aber Google ist es nicht klar. Das ist eine Maschine. Genau. Wenn du sie richtig führst. Du kannst dann noch weitergehen. Was wir gesehen haben, um zu Deutschland zu führen, müssen wir noch einmal weitergehen. Dort geht es um sogenannte Proof Keywords. Das heisst, dort musst du ein Tool benutzen, das im Prinzip alle Texte anschauen, die bei Google auf der ersten Seite sind. Und dann extrahieren sie automatisch die Wörter, die überall vorkommen. Und dann sagen sie, nicht nur das Fokus Keyword, eben zum Beispiel Heidelbeerenpflanzen, sondern du musst Heidelbeeren kommen, Pflanzen kommen, saure Erden kommen, Früchte kommen. Und dann sagen sie dir so gerne, du kannst deinen Text prüfen. Und dann sagen sie, dreimal sollte das mehr kommen, zweimal sollte das mehr kommen. Und mit dem kommst du dann auch wieder ein Stück weiter. Aber das ist nur nötig in einem Markt, wo die Konkurrenz sehr viel grösser ist. In der Schweiz, ehrlich gesagt, ist das nicht nötig. Ja. Es ist extrem spannend. Eigentlich bist du ja in einem völlig analogen Geschäft tätig. Mein Gärtner, mehr Handarbeit kann es fast nicht sein. Trotzdem sehr, sehr viel Technik, dann natürlich auch den ganzen Innovationsprozess, den ihr macht. Ihr habt letztes Jahr den Innovationspreis von Werderberger gewonnen, durch eure Tätigkeiten. Es ist eigentlich noch spannend. Du hast ja eigentlich ein bestehendes, ein Jahrhunderte-altes Handwerk, und bist sehr, sehr innovativ. Woher kommt der Drang? Ich meine, grundsätzlich könnte es jeder machen, aber du findest sehr erfolgreich zu sein, mit dem, dass du eigentlich das traditionelle Handwerk nimmst, aber mit sehr, sehr viel Innovation und sehr, sehr viel neuer Technik haben wir von SEO gekriegt. Wenn ich zu jedem anderen Gärtner herangehe, der weiss nicht, was SEO ist. Woher kommt der Drang? Oder die Ideen? Die Innovation in einem so klassischen Ding so weit bringen? Ja gut, man redet ja immer von Digitalisierung. Da bin ich sehr skeptisch, ob das etwas mit dem Wort zu tun hat. Ich bin auch nicht ein sehr digitaler Mensch. Zwar nehme ich meine Informationen zu 90% digital auf, aber zum Beispiel, ich weiss nicht, ob meine Mitarbeiterin dir das Mail geschrieben hat oder sonst. Wohl, ich habe mit ihr gedacht. Irgendwo hat sie, glaube ich, immer Mail geschrieben, man müsse nicht damit rechnen, dass ich digital ein Datum festlege. Das ist so. Also, ich habe einen grossen Jahreskalender an der Wand und da schreibe ich meine Termine ein und sonst hat sie meine Termine zu verwalten, weil ich letztendlich irgendwie... Irgendwo... Ich lese zum Beispiel auch keine SMS. Ich habe bestimmte Kanäle, auch Messenger-Sachen, die sind interessant für das Marketing in Zukunft, aber interessiert mich geschäftlich nicht, weil ich meine Kanäle reduzieren muss, damit ich auch am Schluss produktiv arbeiten kann. Aber wegen was benutzen wir jetzt solche digitale Kanäle? Der Grund ist ganz einfach, verkaufen. Also, ich habe 30 Jahre lang Erfahrung, die Pflanzen, die ich züchte und produziere, und das wird immer ein analogen Prozess sein, den auf die Leute zu bringen. Und ich habe gelernt, je näher dass ich beim Konsument bin, desto besser geht es mir. Oder? Je weiterer ich weg bin, desto verschissener geht es mir. Verschissen muss ich nicht sagen, wir haben einen grossen Kunden in der Schweiz, noch im Grosshandel. Wir haben in Deutschland bereits den Grosshandel, also den Verkauf, den Wiederverkäufer, mit einer Kette gegen Null abgebaut. Dort sind wir jetzt etwa 80-90% online, in der Schweiz sind wir vielleicht 40% online. Also wir haben vor allem noch einen sehr grossen Kunden. Und das ist auch schön mit dem zu arbeiten, ich will ihn nicht nennen, aber es ist sehr schön mit dem zu arbeiten, aber es ist auch schwierig. Weil er natürlich in einer Machtposition ist, er weiss, dass er unser grösster Kunde ist und er nützt das, das ist auch erlaubt, ein Stück weit aus. Und wir denken natürlich, er nützt es auch noch etwas zu weit aus, aber das ist ein ganz normales Verhältnis mit einem sehr grossen Kunden und einem kleinen Lieferanten. Und das ist ein Verhältnis, das geschäftlich nicht so schön ist. Und wenn ich aber einen Endkonsument verkaufe, dann dreht sich das Verhältnis um. Ich bin der Grosse, er ist eher der Klein, aber ich muss ihn sehr ernst nehmen. Und je näher als ich bin, desto besser, dass ich ihn verstehe, je direkt er jemand bedienen kann, desto besser geht es mir. Und da haben wir verschiedene Wege gesucht in den letzten 25 Jahren. Und der erfolgreichste ist halt, wir haben ganz vorne auch mal mit Printmedien versucht, der hat nicht funktioniert, also so wie ein alter Katalog verkauft, der war zu früh zu spart einerseits und noch zu früh für online. Und wie gesagt, seit etwa 12 Jahren machen wir Onlineverkauf. Da ist am Anfang ganz langsam gewachsen. Ich meine, du machst mal die ersten 20'000 Franken Umsatz, die nächsten vielleicht 30'000, 40'000. Und jetzt sind wir doch auf einer Basis, wo wir wachsen mit etwa 30% pro Jahr und regelmässig. Und jetzt sind wir auf einer Basis, wo es langsam sogar zum Problem wird, das Wachstum noch irgendwie organisatorisch und physisch zu bewältigen. Da musst du die Pakete irgendwo packen. Ja, also meine ich selber in der Logistik habe mal noch ein bisschen gearbeitet. Und ja, ist ja schön, wenn es läuft, aber der, der es hinten abarbeiten muss, der muss es irgendwie rausbringen. Du musst es dann auch rausbringen. Aber lieber diese Probleme, als wenn die Gerke Umsatz hat oder der Umsatz runtergeht. Ja, oder wenn ich halt letztlich, ich meine, wenn mein Grosskund, und nochmal, es ist kein Vorruf an den Grosskund, er muss es so, er würde halt das Maximum raus holen. Er weiss genau, der Lieferant ist auf mich angewiesen, oder? Letztlich diktiert er den Preis. Er sagt, zu dem Preis will ich es haben. Wenn du es liefern kannst, okay. Wenn du es nicht liefern kannst, nicht. Und das ist halt ein Verhältnis, das langfristig nicht so gesund ist. Und dann haben wir gesagt, wir müssen neben dem zweiten Standbein vielleicht längerfristig als das wichtigste Standbein. Ist es jetzt schon im Gesamtunternehmen? Irgendwann ist es auch in der Schweiz so. Aufbau, wo wir direkt beim Konsument sind. Und dann haben wir halt digitale Wege gesucht, oder? Wie wir dazukommen. Zuerst war es nicht Digitalisierung, sondern zuerst ist, wie können wir möglichst schnell und direkt zum Konsument hören. Ja. Ich sehe in deinen Argumentationen sehr, sehr viele strategische Entscheidungen. Bist du einer, der sich sehr stark mit dem Geschäftsmodell, das ihr habt, auseinandersetzt und das auch immer wieder hinterfragt? Weil ja, es sind alles strategische Entscheidungen, wo in dem Sinne nicht du geschaut hast, was die Konkurrenz macht, sondern du bist in sehr vielen Sachen weit vorne dabei zu sehen. Und das hat für mich sehr stark sein Geschäftsmodell, den Kern anzupassen auf die aktuellen Gegebenheiten. Und wenn ich das so höre, macht ihr das mit Bravour. Ist das ein aktiver Prozess, den wir führen? Ja, das ist ein aktiver Prozess. Also, das liebt mich einfach. Das mache ich ja gerne. Und unterdessen ist es wirklich so, dass wir einmal im Jahr systematisch, mit den Betriebsleitern, mit den Standortleitern, mit meinem Stellvertreter, dass man halt, es ist zwar ein laufender Prozess, wo immer ist, aber dass man auch mehrmals im Jahr dann herrsitzt und wirklich systematisch überlegt, was müssen wir anpassen. Und dann gibt es von Zeit zu Zeit so grössere Veränderungen, wo man dann, es ist ja nicht so, dass das Ziel von Anfang an festgestanden ist. Zum Beispiel, bis vor zwei, drei Jahren war ich der Meinung, wir brauchen Grosskunden, also Ketten. Ja. Die bringen uns Volumen. Und dank dem, und nebenzu bauen wir das direkt zum Konsumentengeschäft aus. Dort haben wir eher kein Volumen, weil wir halt Longtail verkaufen. Also wenig von sehr vielen Produkten. Und das wäre der ideale Mix. Und unterdessen haben wir schon in Deutschland gewechselt und gesagt, nein, eigentlich müssen wir uns konzentrieren auf das direkt online Geschäft, oder? Das ist auch ein Grund, dass man jetzt eine Tochterfirma hat, die Jungpflanzen verkauft hat. Bei B2B nicht etwa das Geschäft macht, dass wir fertige Pflanzen an Ketten verkaufen, sondern wir verkaufen kleine Pflänzchen von uns an einer Sorte andere Gerber, die dann nachher Ketten bedienen, oder? Und in der Schweiz haben wir einfach einen sehr guten grossen Kunden, aber es ist theoretisch möglich, dass wir irgendwann auch da sagen, nein, wir müssen uns auf unsere Kernkompetenz und das ist züchtig, und den Bau unserer Marke und den Markenbau, in dem wir direkten Kontakt mit den Konsumenten haben, konzentrieren. Ja, das ist ein laufender Prozess, der sich immer mehr verschiebt und wo man halt definiert, was sind unsere Kernkompetenzen, was ist wichtig, und dann halt auch einmal Sachen abschneiden. Also in Deutschland haben wir jetzt jedes Jahr, in den letzten drei Jahren ein paar hunderttausend Umsätze abgeschnitten, in dem wir den Grosshandel oder die Verkaufsverketten abgebaut haben. Ja, das ist noch spannend. Du sagst es, eigentlich bietet digitalisieren, oder das Internet für dich in den letzten Jahren die Chance, dass du nicht mehr so abhängig bist von den grossen. Ja. Und da bin ich eben genau der Meinung, das Internet hat gute, schlechte Sachen, und auf Social Media. Ja, klar. Aber es bietet kleinen die Möglichkeit, sich von den grossen Machtverhältnissen zu lösen. Und das finde ich eben sehr spannend, dass man nicht mehr so, jeder kann erfolgreich sein im Internet, wenn er es gut und richtig macht. Ich glaube schon, das ist eine Riesenchance und es ist auch nicht so eine Raketenwissenschaft. Zum Beispiel SEO bin ich jetzt überzeugt, wenn man sich einmal darauf einlässt, ist absolut keine Raketenwissenschaft. Auch wir haben weiterhin, obwohl unser Berater leider verstorben ist, eine neue Agentur engagiert, die uns einfach unterstützt. Aber wir brauchen eigentlich nicht Leute, die Arbeit für uns machen, sondern die uns beraten. Dass wir jemanden haben, jetzt eine Agentur in Berlin, wo wir einfach sagen, wir haben ein Problem und tun uns ein bisschen gut das lösen, oder geben einen Vorschlag, wie wir es lösen. Oder wir haben die Möglichkeit, zu sagen uns, was ist eurer Meinung nach das Beste. Aber SEO ist etwas, was wir eben zum Beispiel Inhouse machen wollen und wie gesagt, was ich nicht für eine Raketenwissenschaft habe. Und du siehst ja, ich meine, du kannst etwas machen und ein paar Wochen später schaust, wie hat es funktioniert, oder hat es funktioniert oder nicht. Und das ist ja das Internet prädestiniert dazu. Du kannst alles einmal testen, schauen, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, stellst du es wieder ab, machst etwas Neues, schaust, ob das funktioniert. Wenn es funktioniert, super, gibst du nicht Gas. Und das ist das Schöne, du kannst innerhalb von Tagen, Wochen Sachen austesten. Sicher, was forschende für kleine Unternehmen und da gehören wir auch dazu, mit kleinen Teams oder am Anfang gar nicht vorhandenen Teams, sind einfach der Chef oder der Vertriebsleiter oder der Verkäufer irgendetwas nebenbei macht. Ich glaube, man muss halt Sachen ausprobieren und dann muss man sich schon konzentrieren auf das, was man für wichtig findet. wenn man dann schaut, es gibt Instagram, es gibt Facebook, es gibt YouTube, es gibt SEO, es gibt SEM oder SEA und dann sieht man vor allem den Wald nicht mehr oder den Wald nicht mehr oder was auch immer. Und dann muss man sagen, das passt zu mir und das mache ich jetzt richtig oder das passt zu mir, weil die ganze Klaviatur, Tastatur, die können wir nicht spielen. Und witzig ist, wenn ich nicht mal Grossunternehmen beobachte, die versuchen, weil es jetzt einfach innen ist oder weil sie denken, sie müssen, die die ganze Klaviatur zu spielen, dann sieht man auch wie schlecht das gemacht wird. Also schaut mal Suchresultate an, schaut mal zahlte Inserate auf Google an und schaut, wie häufig, dass zum Beispiel produktorientierte Werbung nicht etwa beim Produkt landet, sondern auf der Startseite. fast immer. Und bei Coop und bei Migros, oder? Weil sie nicht in der Lage sind, um die Kampagne aufzusetzen. Aber das ist ja super, das ist ja genau der Vorteil der Kleinen. Das ist der Vorteil der Kleinen. Jeder hat die Chance, die Möglichkeit, mit dem Einsatz, der braucht es immer. Und ohne das tut es nicht. Erfolg zu erreichen und auch zu testen und sich eben genau auch gegen die grösseren irgendwo durchzusetzen und können es erfolgreich sein. Denn im Internet haben die Großen mehr Geld, um in diesem Sinne auszugeben. Aber das kommt zum Glück nicht nur auf Geld darauf an, in anderen Online-Kanälen, sondern eben auch über den Content. In meiner Branche muss man sich vorstellen, der Online-Pflanzenmarkt ist ein grosser Markt. Denkt man nicht. Einfach nur zu sagen, wir sind ein extrem kleiner Player und es gibt eigentlich keine grosse Player bei Pflanzen. Der Markt in Deutschland ist etwa 8-9 Milliarden Pflanzen für Pflanzen Also riesig eigentlich. Es gibt sicher grössere Märkte, aber relativ grosse. Es gibt vielleicht ein paar wenige Player, die vielleicht mehrere Dutzend vielleicht auch 100-200 Millionen Umsatz machen. Also Ketten, die dann viele Pflanzen verrauten. Aber that's it. Und davon ist vielleicht halb bis anderthalb Prozent online. Das heisst, auch alle die, die online tätig sind, konkurrenzieren sich nicht gegenseitig, sondern du holst nur ganz ein bisschen vom Stationären an. Und das heisst, wie hat Jeff Bezos gesagt, it's just day zero oder was auch immer. Es ist immer noch die Stunde null. Es ist immer noch die erste Stunde. Es ist immer noch der Anfang. Und das fängt eigentlich erst an. Wir sind jetzt schon zehn Jahre damit beschäftigt. Aber eigentlich, und das muss man auch den Mitarbeiter und Kollegen sagen, dann fängt das erst an. Das heisst, die Verschiebung. Bei der Information hat die Verschiebung schon weitgehend stattgefunden. Das heisst, Printmedien sind weitgehend extrem viele Schwierigkeiten und sind in der Werbung zum Beispiel für uns unrelevant. Wir geben null Franken Print aus. Und wir auch nicht. Und die Information ist schon vollkommen digitalisiert. Aber der physische Handel natürlich noch nicht. Und dort fängt es eigentlich erst an. Und Send ist nicht abzugesehen. Und dort haben natürlich die Player, die mit Filialen arbeiten, die Ketten sind, die haben natürlich aufgrund ihrer Ausgangslage extrem Schwierigkeiten. Weil es natürlich immer angestellt vor der Kannibalisierung. Und weil Systeme haben, die halt schwierig umzusetzen sind. Es gibt zum Beispiel grosse Ketten, in der Schweiz, in Deutschland, die haben Warenwirtschaftssysteme. Und wenn die wollen online ein Produkt bringen, muss es zuerst in dem zentralen Warenwirtschaftssystem, in dem zentralen Produktkatalog, muss das Produkt gelistet sein. Und erst dann kannst du es online bringen. Also wir haben an einer deutschen Kette fast, ich kann es sagen, ist ja dialektisch, dass eine nachdeutsche Kette noch zulässt. Und dann hast du also fast schon per Fax unsere Produkte und Produktnummer schon Excel-Liste gewesen. Aber auf sehr altmodische Art haben wir nicht über einen Feed unsere Daten geliefert, nicht nur damit sie den Online-Shop aufsetzen, sondern damit sie ihr zentrales Warensystem füttern können. Und erst nachher können die Sachen online gebracht werden. Dann bist du natürlich extrem langsam. Du kannst Neuheiten nicht bringen. Es ist sehr schwierig, Aktionen zu machen. Wie sollen so ein Online-Geschäft funktionieren? Und das ist, denke ich, noch für die nächsten 10 Jahre ein riesen Vorteil von der Kabine. Und das ist die Gefahr der grossen stationären Händler. Also schaust du anderen Bereiche an den Spielwarenmarkt mit Toys R Us. Ja. Ein Player weltweit im Spielzeugting. Tag, zehn Jahre später weg. Ja. Du würdest das im Elektronikmarkt machen. Mediasaturn wird es seit drei, vier Jahren nicht mehr geben. Ich glaube auch nicht. Also Mediasaturn das sind die Player in der Region für Technik. Ich finde es eben extrem spannend, wenn man bestehende Geschäftsmodelle umwandelt, also mit der Zeit mit den neuen Technologien und die dann versucht, bestehende Geschäftsmodelle umzuwandeln. Und dann kann eben genau ein kleiner oder einer, der vorher gar nie auf dem Schirm war, irgendwann der Grossplayer werden. Und die grossen, die vielleicht das Gefühl haben, wir haben eh den Marktmacht. Ja, von einem auf einen anderen Tag irgendwann verschwinden. Das finde ich spannend. Bei den Pflanzen ist das noch extrem lange hin. Weil eben der Marktanteil online noch sehr klein ist. Weil es halt ein Produkt ist, welches die Leute vielleicht auch sehen, fühlen wollen. Auf der anderen Seite funktioniert es online. Es hat aber andere Eigenschaften, Pflanzen haben andere Eigenschaften, die wiederum sehr nahe beim Buchmarkt sind, die vollkommen digitalisiert worden sind. Es gibt unendlich viele Pflanzen. Also der Katalog, die Bibliothek ist unendlich gross. Es gibt hunderttausend Millionen von Pflanzen. Und das kannst du physisch in einem Gartencenter, in einem Baumarkt nicht abbilden. Aber online kannst du es abbilden. Und das sind gewisse Vorteile. Ich habe immer am meisten Angst, wenn Mitbewerber von grossen Konzernen auftauchen, die auf der grünen Wiese gemacht werden. Das ist die einzige Chance, die grosse Konzerne haben, um in solchen Bereichen mitzuhalten, wenn sie nämlich Online-Initiativen, Online-Shops und Logistik dafür nicht intern machen, sondern letztlich auf der grünen Wiese ganz nahe anfangen. Meistens haben sie zu wenig Geduld. Nach drei, vier Jahren hat in Deutschland eine grosse Kette Gartenliebe gestartet. Sie haben alles richtig gemacht. Sie haben das super gemacht. Nur haben sie zu wenig Geduld nach drei Jahren, weil sie kein Geld verdient hatte, hat der EWIG-Konzern den Stecker gezogen. Die waren weg. Das war unsere gefährlichste Konkurrenz. Sie haben eigentlich alles richtig gemacht. Sie hatten unendlich viel Geld, das haben wir nicht. aber sie hatten zu wenig Geduld. Ja. Jetzt vielleicht als abschließendes Thema noch. Innovation bei dir. Wie schon angesprochen, ihr habt einen Innovationspreis gewonnen. Innovation, die Züchtung von neuen Pflanzen. Bei dir ein ganz wichtiges Thema. Ist das, sagst du das, das müssen wir machen oder ist es einfach eine Leiterschaft von dir? Ist das so vor allem entstanden? Ich meine, es gibt ja dann hinten dran extrem viel Content zu machen. Es fügt sich ja dann alles zusammen. Aber mir nimmt die Wunde, woher die Motivation der Teatrikund, um immer wieder neue Sachen zu züchten. Gut, man weiss ja über die eigene Psyche immer am wenigsten. Von daher hat es sicher mit mir irgendwie persönlich etwas zu tun. Schon ganz am Anfang, also schon in den 90er Jahren, habe ich ganz schnell gemerkt, dass Innovation letztlich und Marketing zusammen gehören. dass das etwas ist, wo du da hinten hast, du hast richtig bemerkt, da laufen neue Geschichten, die du vorne verkaufen kannst, noch bevor es aktuell ist. Das heisst, ich habe angefangen, über unser Apfelzüchtungsprogramm zu reden, lange bevor wir eigene Apfelsorten hatten. Weil wir einfach hätten etwas zeigen können, weil ich etwas gewusst habe. Das ist sicher ein Grundeffekt. Das zweite ist, wir produzieren ja Pflanzen für den Hausgarten. Und unsere Kernkompetenz sind fruchtträgende Pflanzen, Obst- und Beerenpflanzen für den Hausgarten. Historisch wurde eigentlich immer für den Erwerbsanbau und den Profi gezüchtet. Und wir haben entdeckt, dass die beiden Sachen total unterschiedlich sind. Und das steuert die Produktivität für unser Züchtungsprogramm. Das heisst, die Züchter, die für den Erwerbsanbau und den Bauern züchten, immer mehr grosse Konzerne, immer mehr geschlossene Systeme, die man ausser gerne herkommt, die interessieren sich, zuerst, sie sind nicht wirklich eine ganz neue Sache interessiert, sondern nur am gleichen, aber besser, mehr, resistenter. Sie wollen nicht wirklich ein neues Produkt, sondern eine leichte Verbesserung von dem, was sie haben. Das hängt mit dem System der Vermarktung zusammen. Wenn man den Einkäufer die Früchte einkauft, der will nicht etwas ganz Neues, der will kein Risiko, er will das Gleiche nochmal machen, nur effizienter. Und das führt dazu, dass die Züchtung sehr innovativ ist und sie kümmert sich vor allem um alles, was mit der Ernte anfängt, also Ertrag, Grösse vom Ertrag, Flügbarkeit, bis zum Konsument. Also, kann es gelagert werden? Wie lange kann es transportiert werden? Wie frisch bleibt es bei dir in der Fruchtschale? Und so weiter und so fort. Das sind die wesentlichen Punkte, wenn du für den Hausgarten züchtest, dann interessiert die eigentlich alles von der kleinen Pflanze bis zur Ernte. Also, nicht das hier hinten, sondern das hier vorne, weil die Pflanze muss ja schön sein. Wenn sie noch Zierwerte hat und den Garten schöner macht, ist sie wichtig. Der Ertrag der Absolut ist gar nicht so wichtig. Du musst es ja nicht messen, ob du 10 Gramm mehr oder weniger hast. Vom eigenen Garten interessiert dich dann nicht. Ja, du kannst es nicht einmal, du weisst es nicht einmal. Ja, du merkst es nicht. Alles, was von einem Hektar dazu führt, dass es um sehr grosse Quantitäten geht. Im Garten geht es um 10 Gramm pro Pflanze mehr oder weniger. Das interessiert dich schlichtweg. Der Geschmack ist wichtig, das Erlebnis ist wichtig, die Robustheit und die Einfachheit der Pflanze, dass es funktioniert. Auch wenn du sie in deinem Garten oder auf deiner Terrasse dass es funktionieren würde. und dann vielleicht noch ein Überraschungseffekt, dass es vielleicht einem Zierwert dazu kommt oder etwas, das du noch nie gesehen hast. Die Leute haben gerne etwas Neues, was anders ist. Wir haben gesehen, wenn wir diesen Fokus auf die Züchtung legen, also wir wollen möglichst resistente Pflanzen, möglichst einfache Pflanzen, Pflanzen, die gut schmecken und vielleicht noch einen Überraschungseffekt bringen, dann sind wir extrem produktiv in der Züchtung und auch ganz anders als die Züchtung, die bis jetzt nur für den Erwerbserbau produziert hat. Und das ist eigentlich, es gibt in Europa niemanden, der mit dem Fokus Obst und Beere züchtet, mal nicht in dieser Breite wie wir. Und das ist dann dort ein bisschen unser Erfolg und darum haben wir jetzt auch die Jungpflanzenfirmen, die neben dem, dass wir die neuen Pflanzen für uns benutzen und früher ein bisschen lizenziert haben, haben wir jetzt einen eigenen Vertriebskanal, wo wir kleine Pflänze produzieren für unseren Sorten, wo dann alle anderen Gerber letztlich die auch produzieren können, weil wir haben keine Angst mehr vor Konkurrenz aus einem einfachen Grund, wenn wir den Onlinevertrieb haben, wenn wir SEO beherrschen, dann ist es sogar gut, wenn nachher 100 andere Gärten die gleiche Pflanze auch noch produzieren. Weil die schaffen wieder mehr Nachfragen nach dieser Pflanze, sie werden mehr gesucht und wir haben auch wieder ein besseres Geschäft. Ich überlege mir, ob wir ein Gartengeschäft machen sollen. Nein! Du brauchst einfach 30 Jahre Zeit. Okay, gut. Das kannst du nicht wegschlecken. Es geht einfach nicht so schnell, wie wenn du reine digitale Themen bearbeitest. Aber das ist ja eben wiederum ein Vorteil. Ich sehe, ihr habt in diesem Gespräch doch sehr viel gelernt und hoffentlich auch unsere Zuschauer, die das gesehen haben. Aus meiner Sicht sehr strategisch, wie ihr vorgeht. Die Positionierung perfekt, nutzt die richtigen Kanäle. Für alle unsere Zuschauer geht doch mal auf lubera.ch oder gartenvideo.com oder auf einem YouTube-Kanal. Schaut euch an, wie das im kleinen Rahmen perfekt umgesetzt wird. Das ist jetzt meine Meinung. Und ja, bei der Meinung weiter so. Ich bin gespannt. Vielleicht werde ich mir jetzt wirklich in Zukunft noch eine Gartenpflanze anziehen. Ich habe zwar keinen Garten, aber ich habe jetzt in dem Sinne irgendwo, wo ich noch etwas pflanzen könnte. Es war sehr, sehr spannend, Markus. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank bist du da gewesen und für den zumindest sehr, sehr interessanten Input. Okay. Merci vielmals. Und eben, weitergärten wir. Ja, ist gut. Ich bin einfach problematisch. Wir haben mal Kräuter und irgendwas gehabt, aber nach einer Woche da sind die einfach kaputt. Ich habe einfach nicht den Grünen. Probiere es zwei Wochen zu behalten und dann verkaufe wir dir gerne auch. Ist gut. Passt. Dann hast du auch etwas davon. Genau. Super. Danke vielmals, Markus. Merci.